Wer heute in der Baubranche up-to-date ist, arbeitet digital und mit Building Information Modeling, kurz BIM, nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch gemeinsam mit anderen. So wie bei Schindler. Viele Architektinnen und Architekten haben das volle Potenzial von BIM noch gar nicht ausgeschöpft und das hat zur Konsequenz, dass viele Liftschächte tatsächlich einfach leer bleiben. Wenn alle gemeinsam im Modell arbeiten, das ist State of the Art. Damit wir bei Schindler immer State of the Art bleiben, bilden wir unsere Mitarbeitenden laufend in den neuesten Technologien aus. So sind unsere Mitarbeitenden ready, ihnen ihr BIM-Aufzugsmodell zu liefern. Mit BIM verstehen die Beteiligten besser, was die jeweils anderen geplant haben. Das hat positive Auswirkungen auf die Zusammenarbeit. Schnittstellen werden transparenter und lassen sich besser lösen. Das macht Freude. Also, lassen Sie uns Ihr nächstes Projekt gemeinsam angehen, damit Ihr Aufzugsschacht in Ihrem 3D-Modell kein blinder Fleck bleibt. Wir bringen Sie auf das nächste Level.